Wir brauchen Tempo-30-Zonen, gesicherte Überwege, Freigabe von Einbahnstraßen, Fahrradabstellanlagen und Radverkehrswegweisung. Dann kommen wir noch zum öffentlichen Nahverkehr. Die Ziele sind Attraktivität, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit. Schön wäre es der 10-Minuten-Takt nach München mit der S-Bahn. Bessere Anbindung, auch in fahrgastschwachen Zeiten wird ja schon viel gemacht. Also das Ast, das Anschluss oder das Anruf, Sammeltaxi haben wir ja schon seit Jahren, wird ausgebaut. Auch die Busse fahren jetzt bis teilweise nach Mitternacht im Stadtgebiet. Auch wenn manchmal wenig drin sitzen, aber es ist einfach ein tolles Angebot für die, die teilweise darauf angewiesen sind. Die Busse kann man natürlich entsprechend beschleunigen mit Busspuren, Vorrangschaltung an Ampeln. Man kann die Haltestellen verbessern, den zentralen Umsteigebahnhof und Citybus, auch noch ein Thema. Schauen wir uns das an, in der Dachauer Straße ist immer Stau, der Bus steht oft Minuten und kann dann seinen Fahrplan und kann seine S-Bahn nicht erreichen. Da muss es Lösungen geben, genauso an der Leonhardi-Kirche haben die Busse Probleme in die B2 einzubiegen. Noch mal zum Thema Aussperrung Lkw-Verkehr, also die Donnernde Heimsuchung ist nicht nur bei uns ein Problem, sondern in vielen Städten. München hat ja die Umweltzone, hat das gesamte Gebiet innerhalb des mittleren Rings auf 3,5 Tonnen begrenzt. Es gibt Oberschleißheim als Beispiel, es gibt Dinkelsbühel, so schaut das in Oberschleißheim aus. Ich habe schon gehört, die Regierung und so, die wollen das wieder zurückgängig machen, das passt ihnen gar nicht, solche Beispiele. Die könnten ja Nachahmer finden in Fürstenfeldtupen. Bolching hat zumindest eine Nachtsperrung, wäre auch schon mal gut für uns. Ja, dann haben wir noch Tempo-30-Zone, speziell um Verkehrssicherheit, um Aussperrung von Quartiersfremdenverkehr, also die, die da durchfahren, bloß weil es irgendeinem Stau umgehen, Wohnqualität, Verkehrslenkung in der Innenstadt. Wir wollen eins, wir wollen einmal versuchen, den Stau aufzulösen, den Verkehr zu verflüssigen. Der Stau entsteht nicht auf der Brücke, also die Brücke ist nicht das Problem, sondern die Ampeln, vor allem am Rathaus, sind das Problem, weil einfach so viele Verkehrsbeziehungen da sind, man kann in alle Richtungen abbiegen und jede braucht eine eigene Grünphase und dazwischen wieder eine Sicherheitsphase. Wir haben uns überlegt, das zu vereinfachen. Wir sehen es dann gleich auf dem Plan. Also man kann die Ampelphasen ändern, man kann Einbahnstraßen machen und einen Kreis rum. Das Ziel ist, in der westlichen Innenstadt, wie ich vorhin schon gesagt habe, verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche zu machen. Also das neue Schlagwort ist Shared Space, wo man die ganze Fläche, nicht mehr dieses Asphaltband durchpflastert und alles auf 15 Stundenkilometer macht. Das hat zur Folge, dass einfach der, der jetzt von der Amperbrücke raus in die Landsberger Straße fährt, dann nicht mehr durchfährt, weil es ihm unattraktiv ist, sondern der müsste halt über Münchner und Oskar von Müller Straße außen rumfahren. Und dazwischen, zwischen den beiden Straßen, die Fußgängerzone, Viehmarkt und Ludwigstraße und das Ganze eben durch Passagen durch die Hinterhöfe verknüpft. Da habe ich jetzt also den Plan dazu. Also fangen wir mal an hier. Schön Geisinger Straße wird in dem Bereich Einbahnstraße statt Einwärts, um diesen Knotenpunkt zu entlasten. Da man jetzt da nicht mehr links abbiegen kann, findet das Ganze da oben statt und die Kuperstraße wird Einbahnstraße statt Auswärts. Was hier noch ein großes Problem ist, ist diese Situation, dass die Dachauer Straße hier reinfährt. Das ist nämlich eine total unwirtschaftliche Situation, weil alles steht und hier nur fünf Autos reinfahren. Dann ist es so wieder rot. Aber das hat so, wenn man diese Ampelfase wegnimmt, hat das so viele Sekunden für die anderen Verkehrsströme, dass der Verkehr auf der Hauptstraße auf jeden Fall besser fließt. Es geht wirklich nur um Sekunden. Was wir vorhaben, ist eben den Verkehr aus der Dachauer Straße rechts abbiegen zu lassen und hier an der Philipp Weiß-Maisacher Straße einen großen Kreiser zu machen und wer halt statt Einwärts will, der muss halt einmal umkreisen und fährt dann wieder rein. Das Ganze wird natürlich zu einer gewissen Verkehrsverlagerung führen. Also wer da oben in dem Viertel wohnt, wird halt gleich anders fahren und nur noch der Verkehr vom Anschluss FFB Ost wird die Dachauer Straße reinfahren. Einbahnstraßen wirklich nur da, wo sie notwendig sind. Das heißt ab Lederer Straße kann man schon wieder gegendäufig fahren und man kann auch in der Bucher Straße gegendäufig fahren und dann über die Philipp Weißstraße, wie heute, den Anschluss finden. Die ganzen Bereiche, also sage ich mal hier bis zur Ferdinand-Müller-Straße und die Schön-Geisinger Straße bis hier zur Kapuzinerstraße könnte man als verkehrsberäumte Geschäftsbereiche machen, wo also wirklich die Straße umgestaltet wird, wo man wirklich nur noch mit 15 Stundenkilometer, also in Radfahrergeschwindigkeit durchfährt. Und Verkehrsgutachter gehen ja davon aus, dass das die gesagten 70% bringt. Also wie viel möchte ich mich nicht festlegen, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, da in der Mitte, Viehmarktstraße, eventuell Ludwigstraße, Fußgängerzone, die sich eben hier verknüpfen kann, auch in den Ostteil der Stadt oder hier runter auf die Lände, eventuelles Neubaugebiet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.